Was ein Pixelbrei war das letzte Folge. Es tut mir super leid. Ich starte hier gerade eine neue Aufnahmesession und habe mir mal angeschaut, was ich letzte Woche so aufgenommen habe. Und der letzte Kampf hier in dieser Arena, ich weiß nicht, das ist einfach nur Pixelbrei. Es tut mir super leid. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass hier immer so eine Körnung drauf ist auf dem Bild. Und immer so ein... Ich glaube, ihr seht das, was ich meine, oder? Das ist alles so ein bisschen zu blurrig an den Seiten und so. Und ja, irgendwie ist Pixelbrei draus geworden. Ich befürchte, das liegt daran, dass ich ja letzte Woche die zwei Stunden am Stück aufgenommen habe und es einfach eine ultra, ultra große Aufnahmedatei wurde. Mein Schnittprogramm hat die Datei kaum geöffnet bekommen, so groß war die. Ähm, und dass dann einfach irgendwie Frames verloren gegangen sind und, oder wie auch immer, die Bitrate einfach in den Keller gegangen ist. Ich werde das jetzt ändern und ich werde versuchen, jetzt alle 20 Minuten, 30 Minuten, je nachdem wie sie es anbietet, falls ich gerade in einem Kampf bin, ist es natürlich schwer, die Folge manuell schon mal zu beenden, dass die Ausgangsdatei zum Schnitt nicht so groß ist. Und ja, vielleicht macht es das ein bisschen besser. Es tut mir leid. Ähm, ich habe die Aufnahmequalität eigentlich ganz gut eingestellt und ich werde da jetzt auch im OWS etc. nichts ändern. Es ist jetzt so. Ähm, es tut mir leid. Mir gefällt es selber nicht. Ich habe überlegt, das ganze Ding hier abzubrechen. Aber das bringt es jetzt auch nicht. Ich möchte das Spiel nämlich so gern weiterspielen. Also ja, bitte verzeiht, wenn es qualitativ Einbrüche gibt. Ich, ähm, ja. Äh, es ist halt so. Wenn es euch nicht gefällt, müsst ihr es euch ja auch nicht angucken. So einfach ist das. Also, jetzt geht es endlich weiter mit Hellblade. Wir haben den ersten Boss, ähm, schon gelegt. Und gucken uns jetzt mal an, was der Feuergott zu bieten hat. Surt, the fire giant has answered. He comes from a land older than mankind. And the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. Find him, Senua. Okay. Ich wollte ja eigentlich mit dem, äh, mit dem Feuer... Okay. Ich wollte ja eigentlich mit dem Feuergott, da ist ein Gesicht hinterm, äh, Dingsbums. Hinter dem Wasserfall. Mit dem Feuergott anfangen und hab mich ja dann in der Tür vertan. Deswegen haben wir erst, ähm, die Illusionen gekämpft, in Anführungsstrichen. Äh, ja. Und jetzt mit Feuer weiter. Und jetzt mit Feuer, äh, ja. Ich finde das schön hier mit den Bergen im Hintergrund, tatsächlich. Passt irgendwie so gar nicht zu dem Feuerthema. Aber ich glaube auch, dass es natürlich bewusst gilt. Jetzt sieht ja auch alles noch sehr friedlich aus gerade. Es wird übrigens gerade wieder so körnig und nebelig, also sorry für die Videoqualität, wenn die jetzt hier leidet. Es gibt mir meine innere Stimme, also ich überleg gerade schon einen Moment. Hat die mir gerade gesagt, ich sollte Angst haben? Hat sie gesagt, be afraid? Oder will not be afraid? Oder... Wir können hier hochgehen. Ich glaube, da müssen wir eventuell auch landen. Durch die Tür werden wir nicht kommen. Wir haben zwei. Oh Gott, ich Gott, ich Gott, ich Gott, Steuerung. Entschuldigung. Ich hätte Fokus fertig, aber ich will das gerade nicht einsetzen, weil ich glaube, die beiden sind gleich... ...dauern. Oh nein! Nicht die Wikinger! Oh! Vielleicht doch Fokus einsetzen. Ich muss tatsächlich sagen, in der letzten Folge... ...der Wikinger mit dem Schild... ...истet, wenn du hier fragst... ...frei, Leute... Ähm... ...denen fand ich... ...dab ich nicht so... ...hab ich nicht so ganz verstanden, wie ich die legen soll. Weil... ...ich bin nicht durch... ... béo... Shit! Stop it, shit! Stop it! Sollte mich vielleicht... Okay, das mit dem Anvisieren ist irgendwie ein bisschen... Beziehungsweise stelle ich mich wahrscheinlich einfach nur dumm an. Oh, nicht alle auf einmal! Hier, der zuerst? Der. Die Worte! Die Worte! Die Worte! Okay. Also ich meine, wir haben... Verzeihung. Wir haben hier hinten die Mähle. Die Frage ist... Ich kann ja hier hochgehen. Oh ja, ich glaube, hier ist das H. Warte mal, wie kann ich noch mal rennen? Ja, hier ist das N. Aber wo ist das Y? Ja, das ist okay. Ich mag den Fokus. Wir müssen nebeneinander sein, direkt. Dann gehe ich hier unten nochmal gucken. Wie gesagt, bei den Pfählen oder wie ich die jetzt auch immer nennen soll, wo die Menschen aufgehangen wurden. Das ist natürlich nicht so nett. Ah, ich glaube, ich habe es. Hier. Ja. Jetzt weiß ich auch, dass ich bei diesen Fokus-Geschichten nicht nur im näheren Umkreis suchen muss, sondern auch ein Stück weiter gehen kann. Das sieht hier nicht so ein Land aus. Ich wusste, dass ich genug von ihren Hörern betrachten kann, dass sie mich als ein Schlag. Ich wünschte, dass sie mich als die anderen schlauert haben. Ich regte ihre Sturm, Feuer, Tod und Schlaufer und viele Lachen. Die Schmerz, die du von dir sprechen. Ich weiß es gut. Und ich bin immer noch hier, um es zu kämpfen. Was mir gerade auffällt, ich habe jetzt die ganze Zeit noch keinen Runenstein, nenne ich es jetzt mal, gefunden. Hier müssen wir ja auch noch zu. Oh. Mega lag. Im Spiel. Die Kamera dreht sich immer automatisch wieder nach unten. Ich will gern ein bisschen weiter nach oben. Warum ruckelt das Spiel jetzt so? Das Spiel möchte mir irgendwas sagen. Ich glaube, ich soll es nicht aufnehmen. Aber ich habe es angefangen, also ziehen wir es auch durch. Röscherhub gehen. Das sah so einladend aus. Hier ist wieder eine Arena. Der Boden dampft. Ich glaube, hier hat es gerade gebrannt. Und wieder einer mit Schild. Und noch einer. Ich weiß nicht, wie ich die mit Schild kriegen soll. Am besten ja von hinten. Aber er dreht sich ja direkt wieder zurück. Ich will erst den mit dem Schild weg. Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich habe nicht aufgepasst und weg. Ich habe noch keinen Fokus fertig. Könnte es sein? Jetzt ist Fokus ready. Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass das die einzige Möglichkeit ist, die mit dem Schild loszuwerden. Dass ich warten muss, bis Fokus ready ist. Weil den Fokus lade ich ja nur auf, indem ich Treffer lande. Wenn ich das so richtig verstanden habe. Und das ist gegen die Schild... ...gegen die Schildtypen gar nicht so einfach. Oh! 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 Ah! Oh! Oh, ich bin hängen geblieben an dem Pfahl. Oha! Lass dich doch nicht so verteidigen. Ich bin wieder hängen geblieben. Ich bin das erste Mal gestorben, oder? Ich bin da richtig doof hängen geblieben an der einen Kante. Ich bin da richtig doof hängen geblieben an der einen Kante. Oder was heißt Kante? An einem Pfahl. Alles Pfahl. Boah! Äh, äh, es geht ja gleich, äh... Warte mal, aber das ist... Das fing erst nicht an mit... Oh! Oh, ich glaub ich hab den Weg gefunden. Wie ich die Schilde kaputt bekomme. Aber gerade eben fing das doch nicht mit nem Schilddude an. Mann, ich häng hier schon wieder. Hier ist irgendwas... Ich weiß nicht, ob das richtig ist, dass der mich immer über sich drüber schleudert. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, dass der mich immer über sich drüber schleudert. Ich kann gar nicht machen. Mach zu es. Get out of the way, out of the way! BEHIND YOU! Geh! 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 Darf nicht so weit... Oh, hier, rechts ist schon wieder der Nächste. Uhhh! Ja, ich kann finish this, wenn ich... immer feststecke. Ja! 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 Aber es ist kein Neuer mehr dazu gekommen jetzt, oder? Ja! 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 Hier ist der Letzte. Ich könnte meinen Fokus nutzen, aber ich weiß nicht, ob ich den mitnehmen kann in die nächsten Hand. Oh! Oh, no! Muss ich hier verlieren, oder was ist jetzt hier der Sinn der Sache? Ja! 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 ! Ja! 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 Ja, ja! Abst았! Ja! Ja! Wieso denn? Müsstens hier schon wieder mehrere? Ich glaube, ich muss den eigentlich parieren. Welche Taste? Okay, das lassen wir mit dem Parieren. Das wird nix. Ich denke, mein Fokus ist bereit. Okay. Okay. Das war irgendwie anstrengend. Aber okay. Ich habe es geschafft. Ich blende jetzt auch die Folge an der Stelle. Ja, ich habe ja gesagt, ich versuche das jetzt, die Folgen direkt so zu beenden, damit das nicht so eine ultragroße Rohdatei bei mir dann wird. Ja, danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Bye, bye. Bye. Bye.